Was ist denn da bei meinem letzten Video abgegangen, holy shit. Eines muss ich zugeben, Fortnite ist gerade langweilig. Wir haben jetzt drei Optionen. Die erste Option wäre, ich lade nur ein Video bis zum 30. November hoch und zwar das Nexus Royale-Event. Zweite Option, ich mache weiter Fortnite-Videos. Und dritte Option, ich mache halt irgendwelche Spiele, die mir Spaß machen. Und eines regt mich richtig auf. Ich habe seit März 1000 Follower auf Instagram und ich wollte unbedingt einen Supporter-Creator-Code beantragen. Aber wegen Corona geht es nicht. Und es steht seit März, wir aktualisieren derzeit die Prozedur für Online-Bewerbungen. Neue Bewerbungen werden wir bearbeiten, sobald das neue System bereit ist. Welches neue System? Da steht das seit März. Wir haben November. Auf jeden Fall ist ein richtig geiler Modus wieder zurückgekommen und zwar Arsenal. Kurz erklärt, man startet mit den stärksten Waffen. Und immer wenn man mehr Kills macht, bekommt man schlechtere Waffen. Und der, was dann so viele Kills gemacht hat, bis er zur schlechtesten Waffe kommt, hat gewonnen. Oh, seit wann gibt es hier mythische Waffen? Oh mein Gott, was geht hier ab? Ja, komm schon. Ja. Let's go. Seid ihr bereit für die stärkste Waffe aller Zeiten? Hey. Oh mein Gott. Holy. Ja. Oh. 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 Verpiss dich. Oh mein Gott. Nein. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was passiert hier gerade? Der ist auf K. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hame her, Bruder. Die goldene Spitzhacke. Komm her. Let's go. Let's go. Fucking delicious. Achtung. Oh mein Gott. Let's go. Das hat sich gelohnt. Das hat sich so einfach gelohnt. 5 Millionen IQ Move. Immer muss auf die Zip-Line. Ah ja. Da ist er. Okay. Letzter Kill. Spitzhacken Kill. Okay. Er hat einen Sniper. Boom. Zwei Siege in Folge. Was ist hier los? Was ist hier los? Könnt ihr bitte abonnieren? Mein Ziel ist ein paar Abonnenten. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oharım.